Phoenix Frauen Dr. Gerda Fuhrmann Uresalt GmbH Ich bin Chemikerin und arbeite leidenschaftlich gern an neuen Materialien und innovative Technologien, die nützliche Anwendung für die Menschheit haben. Wir von Uresalt haben einen Schnelltest zur Bestimmung von Natrium im Urin entwickelt, den der Patient selbst zu Hause durchführt kann. Die technische Entwicklung erfolgte durch Frau Dr. Gerda Fuhrmann. Heutzutage wird Natrium in klinischen Laboratorien bestimmt, meistens aus Blut, was logistisch und zeitlich sehr aufwendig ist. Bluthochdruck wird häufig verursacht dadurch, dass wir zu viel Salz essen, meist durch die industrialisiert hergestellte Nahrung. Andererseits ein Natriummangel tritt chronisch auf bei bestimmten Krankheiten wie Durchfallerkrankungen oder zystischer Fibrose. Unser Test besteht aus einem Einmal-Teststreifen und einem Messgerät. Die Messung wird einfach im Urin gemacht. Der Teststreifen kontaktiert zu dem Messgerät und eingetaucht im Urin. Nach ein paar Sekunden wird das Ergebnis angezeigt. Die Kerntechnologie ist auf diesem Teststreifen, wo zwei potentiometrische Sensoren, einmal für Natrium und einmal für Kreatinin aufgebracht sind. Das Verhältnis der Konzentration wird berechnet als der klinische Parameter für den Körper-Natrium-Status. Unser Test ermöglicht eine häufige Kontrolle, ist nicht invasiv und kann auch für Patienten einfach selbst durchgeführt werden. Für das Messgerät entwickeln wir eine Software und eine App, welche die Datenanzeige und Datenmanagement auch auf einem Handy oder Tablet ermöglichen wird. Mit der gleichen Kerntechnologie werden wir Tests auf alle anderen essentiellen Elektrolyte, Magnesium, Kalium und Kalzium entwickeln. ẽkin Schieß, Schatz, 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 Schatz und Schatz, 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 Schatz